Guten Morgen ihr Lieben! Willkommen zu Türchen Nummer 3. Ich finde übrigens bisher das Prinzip ganz gut, dass keine Nummern draufstehen. Denn wenn man ein bisschen im Internet schaut, zum Beispiel auf Facebook in den Gruppen und was die Leute dann da so hochladen, was die so für Farben drin haben, finde ich das ganz cool, dass quasi jeder etwas anderes drin hat, weil keine Nummern draufstehen. Also das Konzept finde ich ganz cool, was Pichu und Janinic sich da überlegt haben. So, heute haben wir ein Grün. Das funkelt wieder richtig schön. Das ist die Farbe 954. Schaut mal, hier sind so ein bisschen andere Aufkleber drauf, als die bisher. Und hier ist das Shimi, nennt man das glaube ich, von der Pichu Mona drauf. Ja cool. Also die Farbe glaube ich nicht, dass ich die schon habe. Ich muss bei den anderen beiden auf jeden Fall auch mal gucken bisher. Habe ich noch nicht gemacht. Ich denke mal, das werde ich am Wochenende machen. Und dann werde ich die Farben, denke ich mal, auch schon mal einsortieren. Ja cool, freue ich mich auf jeden Fall. Ja, und da würde ich sagen, bis morgen ihr Lieben. Tschüss. Untertitelung im Auftrag des Jahres Schraub